Oh mein Gott, was gibt's da zu lachen? Es ist ja gut, dass ich hier in den Schrank gegangen bin! Oder hast du das jetzt extra gemacht? Nein. Wenn er mich jetzt findet, ne? Dann? Dann spür ich was anderes. Oh mein Gott, was ist das? Spass du nicht, ne? Okay, ich spür was anderes. Was haben wir noch so auf Lager? Das ist echt nicht wahr, ne? Das war echt keine Absicht. Das war richtig. Das war richtig. Das war richtig. Das war richtig.